Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik Quick & Dirty und zwar heute mit der Verlosung. Ja, ich habe so ein bisschen befürchtet, um nicht zu sagen, es war doch recht wahrscheinlich bei diesem Modell, nämlich bei Steamboat Willi, was wir da hinten sehen, dass da die Abstimmung nicht ganz zu meinen Gunsten ausfällt. Nichtsdestotrotz ist es knapper, als ich es fast befürchtet hatte oder wie auch mal man es nennen möchte. Also sehr vielen Dank schon mal an alle, die trotzdem dafür gestimmt haben, dass ich es behalten kann. Wer jetzt überhaupt keine Ahnung hat, worum es eigentlich geht, vielleicht ganz kurz in 10 Sekunden zusammengefasst, auf die ich dann nochmal auf 30 Sekunden strecke, nämlich ich bekomme ab und an Rezensionsexemplare von Lego. Und um so ein bisschen, ja, auch ein bisschen was zurückzugeben, aber auch um zu zeigen, ja, ich will da schon meine Rezensionen ehrlich natürlich machen und ich will auch nicht davon sicher ausgehen, dass ich diese Sachen behalten kann, habe ich mir für drei Modelle jetzt erstmal zumindest den Gag ausgedacht, dass ich sie dann verlose, wenn in der Abstimmung in dem Video über 50% sagen, verlost das. Bei dem ersten Versuch, beim Zeugs, hat es mit einer Stimme geklappt, dass ich es behalten durfte. Jetzt, ah, ist es nicht mehr ganz so knapp geworden und so gesehen, das kann ich jetzt schon verraten, wird gleich zur Verlosung geschritten. So, wir gucken uns das aber jetzt auch nochmal an. Quasi das amtliche Emsergebnis, das natürlich nicht amtlich ist. Und man muss auch sagen, es ist nicht ein paar Minuten schon drüber jetzt. Das war, glaube ich, online gegangen um 15 Uhr vor einer Woche. Jetzt ist es auch schon abends. Ja, und da sehen wir, da hat sich leider auch nicht viel mehr zu meinen Gunsten getan. Immerhin 383 waren der Meinung, ich darf das Set behalten. Aber 486, also über 100 mehr, wollten es dann doch verlost haben. Knapp 900 haben mitgemacht. Vielleicht auch mal, weil das vielleicht ja auch interessiert. Ich hatte ja auch gefragt, wie gefiel das Set denn? Und das schauen wir uns auch mal an. Wie viele Punkte gebt ihr? Und da sehen wir, es kam auch generell gut an. In den Kommentaren sieht man natürlich viele, viele, und das kann ich auch durchaus verstehen, meckern über den Preis. Und ich weiß nicht, wie weit das in den Punkten mit eingepreist wurde. Aber wir sehen hier eine große Häufung bei zwischen 7 und 10 Punkten. Mit 7 bis 8. Hauptsächlich sind es fast 50% sogar und 9 bis 10 sogar auf 35%. Ganz mies finden es dann doch nur relativ wenige. So, wie machen wir das jetzt? Also, ich bin auch gespannt, ob ich die Person dann auch erreiche. Das wird nochmal eine ganz interessante Variante. Da übrigens wird noch in wenigen Tagen dann die Motorisierung dieses Modells hier online gehen. Und das kann ich auch schon mal verraten, das Modell selber, das ich habe, das hatte ich aber auch schon angekündigt, werde ich behalten. Das habe ich dann doch sehr lieb gewonnen. Sondern ich werde für den Gewinner ein neues kaufen. Und dann spare ich mir auch gleich die Portokosten, weil das kann dann Lego bitte schön selber hinschicken, wenn ich es dann bei Lego auch selber bestelle. Sofern ich dann eine Adresse von dem Gewinner dann auch bekomme. Das heißt aber auch, dass es erst ab dem 1. April von mir bestellt werden kann. Man sieht auch, ich habe ein bisschen den Monitor geputzt. Das hier sind, glaube ich, tatsächlich Flecken, die sind inzwischen eingebrannt. Also, der hat einen leichten Hau. Naja gut, das ist ein anderes Thema. Ich kann mir doch keinen neuen leisten, wenn ich mir ständig... Nein, Quatsch, könnte ich. Also, keine falsche Scham. Ich freue mich natürlich nicht, dass ich es verlosen darf. Aber ich werde mich natürlich für den Gewinner freuen. Bin gespannt, was der geschrieben hat. Wenn es ein Hater ist, ist es auch irgendwie witzig. Na gut, waren aber wenige diesmal. Gut, also, was machen wir jetzt? Wir gucken mal. Und dann gehen wir hier wieder zurück. Da ist das Video. Ich habe da auch mal aufgerufen. Angeblich haben hier nach 771 kommentiert. Und dann fangen wir natürlich auch ganz unten beim ersten Kommentar an, dann hoch zu zählen. So, da sind wir noch nicht ganz unten. Zack, da sind wir. Genau, bei Yannick, der würde die 1, wenn er die 1 hätte. Und wie machen wir das jetzt? 771. Und da gibt es bei Google, wenn man nach Zufallsgenerator sucht, tatsächlich einen eigenen. Also, da muss man, glaube ich, nur hier die 771 eingeben. Und wenn ich jetzt eine hohe Zahl habe, dann ziehe ich mir gleich einen Wolf. Achtung, und Gewinner ist die 356. Schön in der Mitte. Okay, das Zählen, das werde ich jetzt hier nicht live machen. Das mache ich jetzt mal mit. Und ich werde schon daran denken, also keine Angst, abgesehen davon natürlich, dass der Rechtsweg ausgeschlossen ist. Ich werde dann schon hier das als 6 zählen. Also nicht, auch wer kommentiert hat, ist natürlich mit drin. So, ich gehe an Zählen und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich weiß, wer gewonnen hat. So, ich habe einfach mal bis 356 gezählt von unten und sollte ich mich dabei verzählt haben, ich habe es nämlich genau einmal gemacht, weil man zählt ja auch nicht oder verlost ja nicht zweimal. Wenn ich mich verzählt haben sollte, dann gehört das mit zum Zufallsgenerator. Ich habe nicht geschummelt und ich hoffe, dass es einigermaßen stimmt, dass Ruhrpott-Nerd gewonnen hat. Und das Ganze sogar noch mit einem, wie ich finde, sehr netten Kommentar. Ich würde dir das Set nämlich ja sehr gönnen, lieber Henry. Aber du hast es selbst gesagt, du wirst es hinterher auf jeden Fall haben. Genau, weil ich es ja dann kaufe. Also, dir allerdings jetzt in diesem Fall. Deshalb bin ich für verlosen und es sei dir voll gegönnt. Ich freue mich für dich. Herzlichen Glückwunsch. Was etwas schwierig ist, ist jetzt natürlich die Kontaktaufnahme. Meine Kontaktdaten der Klemmbaustein-Dürig finden sich am Impressum. Da kann man jetzt eine E-Mail hinschreiben. Und ich bitte dich ziemlich zeitgleich, vielleicht unter dieses Video auch ein, kann auch ein nichtssagender Kommentar sein, sodass ich abgleichen kann, dass das tatsächlich dann auch eine Mail von dir ist und nicht jemand, der sich dann hier dran hängt. Deswegen also bitte beides möglichst zeitnah machen, mir eine E-Mail schicken und im gleichen Moment mehr oder weniger dann hier drunter kommentieren. Dann weiß ich, dass du es bist, dass es keiner schummelt und dann, ja, werde ich, wenn wir Kontakt haben, dann werde ich hoffentlich mit deiner E-Mail-Postadresse es schaffen, dann bei Lego zu bestellen und dir das Ganze dann schicken. Ich hoffe ja sehr, dass ich zumindest noch doppelte Wipppunkte bekomme. Aber gut, das sei nicht dein Problem. Wie gesagt, herzlichen Glückwunsch. Und ja, schauen wir mal. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Tagen schon wieder ein Video kommt. Das wäre dann das Dritte tatsächlich. Und eigentlich erst mal von diesem, wie soll man sagen, sozialen Experiment. Dann das Letzte, was ich vielleicht verlose oder auch nicht. Ich bin gespannt. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass es deutlich spannender ist, als ich es befürchtet hatte. Ich hatte gedacht, das geht deutlich mehr in Richtung, ich muss alles ganz, ganz klar verschicken. Aber nö, ich bin stolz auf euch. Aber auch auf alle, die auf die andere Seite getippt haben. Das ist ja hier ein Spiel und das soll dann auch für alle Spaß bedeuten. Jo, das war's. Ich wünsche allen erst mal noch einen schönen Abend. Dem Ruhr-Podnet schönes Feiern. Der feiert jetzt wahrscheinlich den Rest der Woche durch. Und dann sehen und hören wir uns hoffentlich bald wieder. Auf dem Hauptkanal gibt es übrigens noch zahlreiche Interviews, die wir auf der Floating Bricks geführt haben, die letzten zwei Tage. Das lege ich jedem gern ans Herz. Allerdings, und das stimme ich auch zu, es gibt noch nicht viele Noppen zu sehen. Die kommen dann in den nächsten Tagen, nämlich die Video-Impressionen. Man sieht da also eher was zum Hören. Kann man also beim Bauen vielleicht sich dann noch geben. Mal ein bisschen was von den Designern, von Ausstellern und so weiter dort dann mitzubekommen. Das war die Eigenwerbung. Und wer übrigens Steamboat Willi, auch wenn wir schon bei Werbung sind, dann können wir hier noch einen geben. Nämlich, wer bei Steamboat Willi dann ab dem 1. April kauft, der kann das natürlich über den Link machen, der hier unten drin ist, beziehungsweise auch auf der Kleppenbaustein-Lyrik-Seite. Dann kriege ich den Affiliate-Link ein paar Prozente ab. Der Preis bleibt der gleiche. Ja, muss man aber nicht. Haben auch ganz viele andere Seiten. Kann man da genauso machen. Gibt es sogar Möglichkeiten, das zu machen, glaube ich, indem man dann das Geld quasi für soziale Zwecke spendet. Sei auch gegönnt. So, nun haben wir es aber. Jetzt sind wir durch. Verlosung ist ab und fertig. Und ich muss das nächste vorbereiten. Bis bald dann. Und tschüss.